Musik In diesem Film beschreiben wir Ihnen den Weg zur Positronen-Emissions-Tomografie Kurzbett. Musik Betreten Sie das Chirurgiegebäude durch den Haupteingang. Musik Auf der linken Seite befindet sich der Portier. Musik Vor Ihnen sehen Sie einige Wegweiser. Gehen Sie geradeaus in Richtung Lifthalle zu den Personenaufzügen. Musik Im Lift drücken Sie die Taste G01. Musik Verlassen Sie den Aufzug nach links. Musik Folgen Sie dem langen roten Gang bis zur Leitstelle, die sich auf der linken Seite befindet. Musik Falls die Leitstelle gerade nicht besetzt ist, nehmen Sie inzwischen im Aufenthaltsraum Platz. Musik 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 Musik